Hallo und Chris sind zurück und sind gerade dabei zu sterben. Ja, und wir sind gestorben. Sieht das nicht gut aus? Nein, du gehst da jetzt herum. Weck der mit dir. Es geht so alle weg. Hopp, hopp, alle. Wo gehst du direkt da? Au. Ist jetzt besser so ab. Oh, Mann. Da wird jetzt die Position halten. Ja. Obwohl, ich glaube fast, wir werden die Kampagne fertig spülen, weil... oder nicht fertig spülen. Ich glaube, wir fangen eine neue Kampagne an. Und ich glaube, das ist ein wenig zu laut. Und... Ist so passen. Jetzt wieder so. Okay. Dann wären wir da jetzt mal... Spiel speichern nur mal kurz. Dann... und Spiel beenden. Und ja... Ich glaube, wir fangen mit einer neuen Kampagne an. Das mit der normalen Kampagne oder mit der... Spiel beenden. Und... Wir sehen uns gleich nach einer Unterbrechung. Wenn ich die zweite Disc eingelegt habe. Und... Und... Und wieder zurück. Jetzt habe ich die zweite Disc eingelegt. Und jetzt... Werden wir jetzt mal entscheiden. Für Einsteiger mal. Ich habe das ja schon lange nicht mehr gespielt. Und bin noch nicht so richtig gut. Also werden wir mal mit den Römern kämpfen. Erstens für Einsteiger ist mal gut. Und ehrlich gesagt... Am liebsten... Ich kämpfe meistens sogar mit den Römern. Aber... Die Ägypter sind auch... Mit denen kämpfe ich auch manchmal. Weil die haben halt so coole Bauten. Also die schauen wirklich gut aus. Aber... Ich hätte jetzt mal die Römer wollen. Und ja... Und wir müssen... Das ließe ich jetzt mal nicht vor. Weil... Okascha. Missionsname. Seenot. Siegbedingungen. Erreichen Sie die Oase im Nordwesten. Verzeigen Sie beide Gegner von der Insel. Niederlagsbedingungen. Ihre Siedlungen werden komplett zerstört. Situation. Leider verfügen Sie nur über wenig Kohle. Aber als Römer wissen Sie ja, was Sie in solchen Fällen zu tun haben. Die Oase muss Ihnen gehören. Damit sich Jupiter dazu herab lässt, die Gebete ihrer Priester zu erhöhen. Es ist allerdings auch notwendig, die Ägypter komplett zu vernichten. Und... Ja... Story... Ich habe... Ma... Mare... Nostrom... Bereits. Und wenn die Westküste Libyans hinab ist. In Länder, in denen schwarzseitige Riesen lebten. Und... Ja... Mehr an das jetzt nicht. Da unten ging es schon weiter. Aber das mache ich jetzt nicht. Und ja... Wir müssen da unten jetzt irgendwie eine Oase erreichen. Und wo war die nochmal? Nordwesten glaube ich, oder? Ja genau. Also... Circa da ist irgendwo eine Oase. Und die zwei sind unsere Gegner. Und ja... Starten wir einfach einmal. Und wir haben schon wieder 4 Minuten verdammt. Aber... Es wird schlusswert. Und... Wir waren mittendrin. Und... Ich habe mir auch mal... Genauer angeschaut. Was wir da jetzt eigentlich alles tun können. Und... Ah... Die habe ich schon mal gespielt. Das war sie noch. Du warst ja noch. Du warst ja auch noch ganz genau. Da oben sind so... Die Gegner. Ah... Ja... Ich werde jetzt einfach mal schauen... Wie oder wo sie machen kann. Und werde einfach mal zu müssen bauen wie ich denke... Das gut war. Und ja... Aber das sind schon vorher noch... Ah... Da kommt das schon an. Gut... Dann werden wir... Da aber noch schnell einen Steinbruch machen. Gut. Und wieder mit F zu F können wir wieder 4 spielen. Gut. Und haben wir ja Förster. Haben wir da Förster? Ist das ein Förster? Ist das ein Förster? Wo forstet der denn? Ja du sollst du so... Ja du sollst du so... Forsten. Gut... Wir müssen eigentlich... Und da haben auch schon eine. Da... Hm... Passt das glaube ich auch. Ein Fischer produziert ja. Ja du gehst natürlich da her fischen. Und der Fisch da war noch nichts. Wie zu erwarten war. Gut. Und... Was ich dann gleich am Anfang machen möchte. Diesmal... Ich bauen einmal... Einen großen... Also einen großen Turm hier. Mal schauen wo wir so am besten gehen. Und dann... Und werde den dann gleich voll besetzen. Und... Voll besetzen. Und... Voll besetzen. Gut. Dann schauen wir mal. Eine Waffenschmiede... Baue einfach einmal. Und... Eine Kaserne. Obwohl es mir nicht notwendig wäre. Okay gut. Da haben wir ausgebaut. Dann... Hm... Ah... Da kommt man da. Nur noch. Dazu brauchen wir zwar eine Kohle. Aber... Ah ja. Genau. Das werde ich da halt auch gleich machen. Einen kleinen Tempel brauchen wir dafür. Wie gesagt. Genau. Gut. Dann wären wir da genau so. Da passt es so schön rein. Fünf Stein. Gut. Musst fertig sein. Was ist denn das? Gut. ...kohle. Gut. Und da werden wir dann noch ein kleiner... ...kohle. ...eine, zwei, drei, vier, fünf... ...und... ...da werde ich... ...anmal fünf... ...Bogenschütze machen. Nein, mache ich nicht. Noch nicht fünf. Drei gelangen. Fünf solche. Und fünf. Wechseln. Nein. Haben wir da wieder runtergegangen. Gut. So. Dann werden wir gleich... ...ein paar Siedler auch noch brauchen. Schätze ich einmal. Dann halt auch vorher haben wir gesehen... ...siedler... ...die irgendwie mit... mit irgendeinem Wein herumgrenzen, glaube ich, habe ich gesehen, oder war das nicht so, ist ja jetzt egal, auf jeden Fall müssen wir dann einen Wein machen, ah der arbeitet bald nochmal, gut, dann werden wir uns gleich dem Wein widmen, Weingut, gut, der soll gleich da arbeiten und dann brauchen wir auch irgendwie eine Brauerei, glaube ich, falls das nicht schon gemacht wird, das weiß ich nicht, wo man, wo die Brauerei gibt, wo man jetzt überhaupt eine braucht, ist eben schon lang her wieder, Kühlerei, na, ich glaube nicht, nicht, na, Wasserwerk, gut, Don, ah, da habe ich ja schon mal die Soldaten wieder, ich hoffe, da kommt jetzt auch schon wieder der rein, so, dann werden wir mal da, ah, jetzt können wir das machen, ah, der geht nicht schon automatisch, gut, haben wir da mal genügend, und jetzt ist es wieder das, ah, auskommen, dann werden wir gleich ein Eiserschmelze-Baum, und, ja, ich werde gerade unterbrochen, bis gleich, und weiter geht's, ja, ich habe zu wenig was nicht gesehen, aber, ansonsten hätten wir einfach wieder vier gespielt, ok, jetzt schauen wir da, und der hat jetzt gleich nichts mehr zum tun, oder der ist ja zu viel, ja genau, zu viel, dann werden wir da gleich einmal ein Lager bauen, mitten da rein, und wenn wir extra steinen, eine da, hm, gut, der, was braucht er denn, ach so, das macht er dann einfach automatisch anscheinend, gut, da fangt er schon an, gut, jetzt haben die da, ah, die bringen das da her, gut, jetzt hätten wir das aber früher bauen sollen, dann, da, ah, die sind jetzt wieder blöd, aber, gut, müssen wir sowieso hier oben gehen, geht wahrscheinlich nicht mehr bis, hm, 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 Und was ich auch noch gesehen habe, man kann es in Gruppen teilen, ich werde ja gleich E-Satz-Vigendnummer, hmmm, ah ja, ich glaube, Alt und Gruppe 1, Satz-E, jetzt geht es deutsch, ja, E-Satz-Gruppe 2, so, Alt und 2, jetzt geht es da her, und ich glaube, bei denen habe ich jetzt nicht gescheit getan, aber 5 tippt, Alt 1, gut, aber wir greifen noch nicht an, wir lassen jetzt erstmal ein wenig, und ja, dann schaue ich da mal, ob der schon was tut, na, braucht wieder mal ein, arbeitet da überhaupt, ja, gut, da hat das natürlich da auch noch nichts, aber nicht so wichtig, gut, schauen wir mal da, ob der überhaupt was arbeitet, na, ne, das war klar, so, gut, wir haben mal deuterung mal ein Wasserwerk bauen, ein Wasserwerk, und die Bäckerei, na, those bitte, gern haben, dann mache ich teure Rüben so Schienen. Gut. Und eine Windmühle baut und auch gleich daher. Und die Bäckerei. Und die Kinder dann gleich beliefern. Und dann steht gleich ein für Brot. Das müssen wir passen. Brot für Eisenherzminöer. Das Spiel wurde seit 30 Minuten nicht gespeichert. Weil wir da überspringen. Und ich glaube dann ist die Viertelstunde auch schon wieder um. Und wir sollen auch wieder schauen und speichern. Tschüss.